toll neuer steuert es kommt immer im felschen Moment ich bin auf kann er sich drucken ja auch klar fachschwollte aktivieren bei schwein sei vier nämlich erst Runde gewinnen. So, Runde eins. Aufzunehmung Nummer zwei! Ah! Boah, scheiße! Gott! What the fuck? Die Runde habe ich verloren. Alter, was geht mit dem auf einmal? Ja, ist gut. Boah, fixe. Sven, du Sack. Natürlich, war so klar, wenn scheiß Feuer wieder einsetzt. Natürlich, der blockt wieder alles. Ist klar. Wie habe ich denn die erste Runde mit überlebt? Das kann ja all young gehen. Ja, das kann ich vergessen. Selbst wenn ich jetzt der... Fuck! Ganz billige Schlagwarte, bin ich platt. Das war also total weinig. Oh ja, das zählt ein Wunder. Vergehen die Kämpfen auch sofort. Ja, Luken, schlafen... ...laver nicht zu fliegen. So, klar. Das ist der Pussy, ey. Nein, nein. Diesmal nicht, diesmal. Diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht. Verdammt, wieso? Wieso block ich das nicht mehr? Am Anfang ließ es doch so gut. So, jetzt habe ich jetzt gegen den Luke King raus, glaube ich. Zwei mal schlagen, treten. Jawohl! So gefällt mir die Sache! Jetzt hast du einen kleinen Pussy. So, Runde zweit. So, jetzt dreht er wieder auf. Bam! Baaatz! Wow! Das ist scheiß Feuer! Das hat sich vergessen, mein Freund. Jetzt reicht's mir. Komm her, komm her, du Wichser! Du verdammt, der Malle, der Pussy! Nein! Ja, so... All, komm! All, komm! Verdammt nochmal, ey! Wieso hab ich da immer wieder... Das geht's nicht. Ah... Geh sterben! Gott, schlecht. Das ist alles gar nichts. Ja, komm her. Ne, diesmal nicht, diesmal nicht. Genau jetzt! Auf einmal hat der Y-Sillon der Bastard! Oh, natürlich, voll der Energie! Ist klar! Also, Wutenergie fast. Ey, ich bin wieder verlieren. Das kann's nicht sein. Oh, ja, natürlich! Jetzt macht er die Mut an und ich bin wieder tot! Ey, das kann der euch nicht angehen! Fick dich! Das soll ich schon wieder versuchen, ey. Mein Gott, wieder versuch schon! Bei den ältesten Göttern! Naja, ältesten Götter im Arsch! Das mag ich schon alle! Wieso kann er so viel blocken? Und natürlich wieder das Feuer, das ich natürlich nicht blocken kann. Ja! Friss das, du King! Du kleine Tunte! Bah! So. Geht doch. So, letzte Runde jetzt, aber ey. Verdammt, so früh, glaub ich. Ich glaube, es ist zu früh. Verdammt! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Scheiße! Knapp. Das musste ja kommen. Das war so klar! Achtung, der gewinnt die Runde noch. Nee, tut er nicht. Oh, endlich! Mein Gott, frisst es. Ich gehöre mich auch nur beim Kämpfen. Ich will ihn ins Gesicht aus zerritten. Ich will ihn ins Gesicht aus zerritten. Kein Joker und kein Skorpion. Wegen deiner kleinen Ablenkung laufen zwei tödliche Gefahren frei rum. Wenigstens du gehst nirgendwohin. Green Lantern, hier ist Batman. Ich habe einen Gefangenen, den ich an einem sicheren Ort befragen muss. Ich brauche einen Transport zur Orbitalstation. Ich hatte Probleme mit meinem Ring. Er hat vielleicht beim Kampf mit Darkseid was abgekriegt. Aber ich sollte dich noch transportieren können. Einen Augenblick. Naja. Wow, die haben sogar gefesselt. Ich packe es nicht. Computer, vergleiche Luke Hanks Blutproben mit den Proben aller bekannten Alienrassen in unserer Datenbank. Keine Übereinstimmung gefunden. Hm. Ich muss wissen, ob wir mit weiteren Besuchern rechnen müssen. Das ist, glaube ich, geklärt. Und das kann in der Raiden sein. Und das kann in der Raiden sein. Gummir. 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 Isolierte Rüstung. Lass Luke Hanks frei. Zuerst brauche ich Antworten. Lass Luke Hanks frei. Oder ich hole ihn mir. Round one. Fight. Ich dürfte mir hier mit seinen Angriff rein gar nichts abziehen. Durch meinen Gummianzug oder was immer das sein soll. Ah, Gott. Okay, gegen Raiden brauche ich einen neuen Taktik. Ja, genau. Okay, so schon mal nicht. Ey. Was hat denn der gefressen, ey? Mh, klar. Mh. Mh, ey. Kein Kommentar. Oh, ja. Klar. Mh, mh. Ja, klar. Was will da eigentlich noch alles blocken? Ah, stirb, du Wichse. Was ist der? Beth! Oh, ja. Oh, ja. Ja. So. Oh, ja. Oh, ja. Oh.